Hallo und Willkommen zurück bei einem weiteren Part von Rayman Origins. Wir haben Simon 12. Wir machen gleich dort weiter, wo wir letztem Mal waren. Es tut alles zu speichern und so. Da. 32, äh, Smileys und eine Diamantzahle. Beste Filmmusik. Das Level starten wir gerade. Mit dem Glowbox. Wir haben letztes Mal fliegen gelehrt. Oder vorletes Mal, weiss ich nicht mehr. Das ist nicht schlecht. Was hat der Hut zu sagen? Das ist viel besser als im Kino. Verheeren Stein um. Vielleicht findest du versteckte Käfige voller Smileys, die gerettet werden wollen. Und du bist dann nicht der Kerl, oder? Personiere alle Kreaturen. Die kräftige Bewachsen. Dann kannst du sie aufbrechen. Bring dich blasoniert die böse Wichte zum Platzen. Und du trinkst die doppelte Lumps-Portion. So oder so wirst du blasoniert. What the f... Nein, du blasierst mir nicht einer. Oh, der Perversling. Kann man da runter? B-Motel. Spinnt der? So. Einfach holen und gehen. Äh, nein, nein. Verdammt. Ah, die sind lustig. Hui! Hui! Nein! Ich will das. Was ist da? Hallo? Rrrrrrrr Uiiiiiii Schau die Zunge an! Nein! Trrrr 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 Tanzt der Walzer? Ah halt! Das ist noch nicht so schwieriges Level am Anfang. Wo ist denn das? WTF? WTF? Ist da hinten nichts? Ich glaube nicht. Wir gehen weiter! er hat auch dafür die Pätschigel das bist du so WTF nein ok die 100% schaffen wir diesmal nicht verdammt hopp und hopp und Warte ja genau ah da kann man stehen das ist nicht so schwierig hopp 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 ah das ist der Scheiss Klappfappere ah die sind nicht so schwach die Gegner help me habe ich glaube vorher gehört ja ja wie soll ich da hinzukommen komm verarscht mich doch ich war da unten ja 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 Bonus Level schön schön auf die anderen drauf rum auf die anderen ah nein verdammt ja das können wir vergessen ja das können wir vergessen ja komm nochmal rein also ich weiss jetzt wie man es machen muss genau auf die Dinger drauf es könnte jetzt länger gehen aber das ist jetzt mal ein bisschen schwierigeres wobei so schwierig ist es auch nicht aber es ist ein bisschen schwieriger als die letzten wo wir von den Bonus Level da nein verdammt so hoch ah wenn man runter springt dann geht es direkt hoch juhu juhu ahaha yeah also die komische Dinge haben wir befreit so wir gehen runter und ich habe gesehen wir gehen runter what the fuck sind das für die Viecher schlaß mal ok schlaber ins Zimmer ja schlaber ins Zimmer heilige heilige ja genau sollen wir sie sich kehren? ja komm wir sie sich kehren ah baa 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 ok die hat meine ich auch noch selbst erwischt jetzt gehen wir wieder zurück nein das geht nicht mehr und hopp und hopp verdammt verdammt ufff so glück sind wir auf den Gegner draufgekumpen wie sich es gehört dem Ding ein Klopf geben ok wie gesagt ne 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 nein da will ich noch hin münze münze hopp nap help mich ja was wo es kann nicht sein dass ich mich doch wartet ok das ist nur der komische Fogel das ist jetzt mal schaut den Hintergrund an das ist richtig episch ja ok das hatten wir auch so gut es hat es hat es hat es hat es es gibt viel uns hey verdammt wie viel richtiges cooles Level nein oh fuck ok wartet ich schaffe es ich schaffe es also man muss da dran schlagen hast du wahrscheinlich ja das ist jetzt schwierig so ja ja fuck die wie soll man das bitte schaffen komm die verarsche mich doch oder nein unmöglich leider unmöglich na super jetzt können wir das ganze nochmal machen ja jetzt haben wir es verkackt verdammt jetzt komm und hopp und hopp und dann schweben 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 und dran schlagen nein wieso schlägt er jetzt in die falsche Richtung Mann ohne die Münze holen wir die 100% eh nicht von dem her ich gebe einen Klapp so verdammt ich gebe einen Klapp so verdammt mhm ok das ist glaube ich jetzt die letzte Chance wenn wir dann muss ich jetzt ein wenig aufpassen wenn ich wenigstens in den Käfigen möchte ja ich habe es vergessen so so hopp 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 neiii hopp 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 Komm schon, was ist mit dir los, Simu? Wieso? Ich kann da nicht draufstehen, im Ernst. Vorher ist das so einfach gegangen, ich glaube es nicht. Hallo? So. Fuhren Scheiss. Kacktrollen, da oben ist es. Ja. Zum Glück bin ich dann gestorben. WTF? Mal einen Klapp geben. Klapp, bringen sie mir. Okay, jetzt hier rüber und... Hopp, 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 bam. Zack, zack, und aufladen. Aufladen habe ich gesagt. Klapppapiere. Sorry. Ich glaube, wir schaffen immer die 300, verdammt nochmal. WTF? WTF? Schön schweben. Hallo? Ja, ich habe 300 gearbeitet, aber nicht mehr. Ich habe es gewusst. Komm. Ja, leider nicht. Bäm, klappt es. Yeah, bäm, blalalalalalalala. Ich muss mich ein bisschen einsperren. Kurze Cut. Oh nein, warte noch. Warte noch. Mal schnell hier den Woldemer schauen, wie er sich sein Essen hier in die Huzelle oder was er da immer macht. Warte. Blalalalalalalala. Jetzt muss ich kurz Cut. So, der grässlich Schleimprock ist rausgehustet und es kann weitergehen. Ja. So. Und hopp, hopp, und juuu. Auf dem Arsch, du, du surfen. Ähm. Keine Ahnung, wie viele Minuten. Ah, die neue Figur, die schauen wir noch an. Wieso ist da oben gesperrt? 45 Klumms und es liegt gerade. Okay, dann gehen wir mal zum Schnarchen an den Baum. Ich werde die neue Figur anschauen. Und das ist, oh mein Gott, der Globox Voldemort. Äh, Adama Katavra. Exploriamo tu por Avada Katavra. Ich bin der Promi, was hat der gesagt von dem? Hör mal die Promi-Tour von den Wanderern Seele. Holte die Promi-Tour zu den Wanderern Seele und bringe die, bring ihm neue Schädelzähne. Vergiss nicht alle Lums zu schleppen. Für jede Energieansatz kann wie Lums sehr leuchtet sein. Keine Schädelzähne, kein Zutritt. Aha, dann lasst mich dann, da kommt Mono in eine Schwinner. Bonuswelt. dauer wir haben eine Rolle mit Ufa wir schaffen es nicht schade damit am Karakter spielen wir als nächstes mit dem Glowbox Voldemort aber erst im nächsten Part von Rayman Erichens bis gleich euer Simo 12 Tschüss